Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem iMac Unboxing Video. Das sollte so in 20 Minuten oder so was da sein. Bis dahin müssen wir jetzt nochmal den alten Laptop benutzen, ein letztes Mal. Dann zeigen wir euch mal kurz, wie schnell es geht, den anzumachen. Also, jetzt drücke ich auf den Schnappf. Okay, das geht, oder? Ja, machen wir was zu essen, oder so. Oh, Simon, komm, Alter, mein MacBook ist hochgefahren. Was, echt jetzt? Ah, na geil. Ja, Mann. Also, mit dem halt ein Ding, ich habe mir die ganzen letzten Videos bearbeitet, mit auch die ganzen kranken Effekte und sowas. Rennen hat meistens immer so zwei Tage oder sowas gebraucht. Deshalb freuen wir uns umso mehr, den iMac auszupacken. Ja, so, jetzt haben wir den iMac hier. Der ist ziemlich groß, einiges schneller und sowas. Das heißt, von jetzt an können wir voll viele so richtig unnötige Effekte... Also, was ist mit der Ration? Also, das Ding hier muss man mit richtig viel positive Energie angehen. Hier hat man ein fettes, geiles 5K, 27 Zoll Display. Und ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt mal aus und unnötig wird kein einziger Effekt in der Zukunft sein. Und zwar werden die alle übelst geil sein. Die werden einfach die krankesten Videos überhaupt sein. Ich würde sagen, wir machen das Ding direkt mal auf mit. Ja, das ist ein riesiges Event, man. Das Ding hier muss krass gefeiert werden, man. Wir müssen mega abgehen, Alter. Es ist 12 Uhr nachts, andere Leute versuchen vielleicht zu schlafen. Alter, scheiß mal drauf. Wir haben hier so safe Dinger, Alter. Scheißschutz, scheißschutz, man. Alles klar. Dann mache ich mal das Unboxing ein bisschen fertig. Ja, so, das ist der Shadamek. So geht es auf. Dann nehmen wir hier das halt ab. Oh, die Tastatur. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich auch schon. Ich habe so den Sinn von Unboxing es noch nie wirklich verstanden. Das ist doch verlangweilig eigentlich. Ciao, Simon. So, von gestern schneiden wir mit diesem Schmuckstück hier unsere Videos. Das wird wahrscheinlich an den Videos jetzt nicht viel ändern, also keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten wir uns deswegen jetzt nicht einfach so irgendwie voll leisten und weil wir nicht so viel Cash am Start hatten, müssen wir uns jetzt an dieser Stelle ganz kurz bei unserem Sponsor bedanken, das Pferd. Ja, danke Pferd. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt halt motiviert und sowas, die Videos zu machen, deshalb holen wir die wahrscheinlich jetzt viel öfter noch. Ja, man, Simon ist komplett weg von dem Ding, Alter. Der feiert das After Effects so, der ist richtig in Lauf mit dem Teil, Alter. Kann sich direkt verpissen gehen, Alter, mein neuer beste Freund. Ja, also wie gesagt, wir sind ja wirklich in Lauf mit dem Teil, Alter. Hallo Leute, danke fürs Anschauen von diesem bisschen anderen Video. Heute mal ein iMac Unboxing. Der Simon pennt irgendwie gerade auf dem Stuhl. Vergesst auf keinen Fall am nächsten Mittwoch wieder einzuschalten, da kommt wieder ein neues Video von uns. Abonnieren nicht vergessen und sowas, Daumen hoch geben und so weiter. Und ich würde sagen, bis dann, ciao.